Willkommen zur dritten Folge von der Schutzwall- oder Schutzmauermission. Wir kriegen jetzt wieder ein paar Pfeile jetzt gekriegt. Ob es ein Archivement gibt, wenn ich dann... Nö. Leider nicht. So, warten wir kurz noch auf Lama Nummer 2. Das war ja mal ein Begrüßungskomitee. Finde den Hauptmann. Das klingt sehr nach Bossgegner. Alter! Alter! Ja! Wenn wir mal die 1 zum rauslocken könnte. Nice! Nice! Okay, Rückzug. Okay, Rückzug. Woher kriegen wir jetzt den Schlüssel? Hm. Ach du Scheiße. Woa! 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 Okay. Was ist das? Sehr gut. Wir müssen ja eh nochmal hier drin, also können wir jetzt auch uns den holen und abdampfen. Oh! Oh! ok die beiden kombinationen nerven auch tierisch ja 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 noch so inner na klasse Was ist das? Was ist das? Nein! Das kann nicht wahr sein. Wir waren schon beim nächsten Leben. Oh, fuck. So kurz vorm Ende, ey. Ist das ärgerlich. Oh, ist das ärgerlich. Okay, dann hat der auch automatisch nichts Neues. Oh, kacke, Mann. Ich probiere mich mal an 97. Und dann ist die Session auch vorbei. Ach, Mann, ey. Okay. 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 Wohohohohohoho. Okay. 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 Ich bin ich mit. Das kipps doch gar nicht. Läuft überhaupt nicht mehr, ey, scheiße, man. Okay, der erste Drittel hier schafft. Okay, der erste Drittel hier schafft. Ah, verdammt. Ich steck fest, ich komm nicht weg. Alter, wenn wir nicht mal mehr das jetzt schaffen... Da ist echt die Schnotze voll. Ich meine, so krass unterlevelt waren wir doch jetzt aber auch nicht, ne? Ich glaube, zwei Level drunter oder so? War das nicht so? Oh! 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 ich glaube es hängt aber auch viel damit zusammen dass wir halt keine waffe mehr haben wo wir automatisch geheilt werden durch welche form auch immer das macht viel aus nein So, keine Fälle mehr, top. So, aber wir haben zum Glück noch ein Sicherheitsleben. Kein Zauberer oder sowas diesmal? Ist ja interessant. Na, wie ich es nicht geschafft, ey. So, keine Fälle mehr. So, keine Fälle mehr. Klar, wir kriegen schon wieder dieses Medaillon, es kann doch nicht wahr sein. Jetzt dreimal hintereinander. So, der ist jetzt auf 100. Ich überlege gerade, ob ich die... Achso, da haben wir die Rüstung auch schon drinnen. Da hätte ich ja jetzt gar keiner mehr. Äh. Was packe ich jetzt beim Schmied rein? Also, mit dem Stab komme ich ja überhaupt nicht irgendwie klar. Dann lieber vielleicht nochmal die Axt, oder? Ich bin wahrscheinlich verliebt. Was packe ich jetzt mit dem Estábpunkt? Und wenn du die Hände mit dem Stab komme ich. Dann gehen wir mal her. Dann gehen wir weiter. Wir haben hier bei der Spitze. Und dann gehen wir los. Das ist die Hände. Hm? Ja. Gut. Dann geht es hier in der nächsten Session wieder weiter. Ich bin mit der Spitze. Danke nicht. Bis der Nähe.